Hallo meine Wolfis zu einer neuen kleinen Not von der Skywars. Ähm, ich bin gerade erst aufgestanden und muss dringend nachher was trinken, merke ich gerade. Ich habe so ein richtiges Pappmaul. Meine Güte, das geht doch nicht weg. Ähm, da haben wir ein paar Blöcke, wir haben sechs Diamanten. Okay, ähm, wir gehen einfach, da wäre er, ja, der ist auch noch unterirdisch. Wir gehen einfach mal hier rüber, ist gerade was näher. Ähm, ja, die Gamescom steht kurz vor der Tür. Und bei der Gamescom werde ich natürlich auch da sein. Und ich wollte mal so fragen, wer von euch denn da sein wird. Fuck, das ist unser Todesurteil. Gut, auch nicht. Das war echt knapp gerade. Ähm, büm, 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 das ziehen wir an. Und dann. Zack. Wir sind sexy. So. Der neben uns hat schon Besuch bekommen. Der auf der anderen Seite baut sich gerade weg. Aber hier ist jetzt nichts mehr los auf der Insel. Ah ne, der ist noch da oben. Okay. Äh, ja. Gamescom. Ich werde ja auch da sein. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wer von euch so da ist. Und vielleicht habt ihr ja Lust, dass man sich wirklich da mal irgendwie trifft oder so. Äh, ich werde versuchen, über Twitter ein Update zu halten, wo ich gerade bin. Das heißt, wen das interessieren sollte, der kann einfach mal auf Twitter gucken. Ähm, wo ich gerade bin und wann ich überhaupt da bin. Weil ich fahr zwar nicht so lange bis nach, fahr ja nicht so lange bis nach, äh, wie heißt das da? Äh, Deutz. Köln-Deutz. Ähm, nur, weiß ich überhaupt nicht, wann ich losfahre. Weil, wenn Kleintami müde ist, dann bleibt Kleintami im Bett. Warum habe ich das jetzt da hingesetzt? Bin ich irgendwie doof? Das heißt, äh, ich werde versuchen, über Twitter Updates zu halten, wo ich bin und was ich gerade mache. Ich bin, ähm, Donnerstag, Freitag, Samstag da. Eventuell Sonntags nachmittags. Äh, das hängt aber davon ab, wie ich mein Zeitmanagement, äh, so hinbekomme, dass das zeitlich funktioniert. Das nehmen wir einfach mal mit, um zu gucken, ob davon was Brauchbares bei ist. Schutz, Schutz 2 habe ich. Okay, kann doch weg, ist nicht interessant. Nein, ist nicht. Das kann auch weg. Ja, also, wenn ich es wirklich schaffe zeitlich und dann, ähm... Komm hier, lass dich von mir runterwerfen. Oh, willst du nicht? Schade, hätte ich auch nicht gewollt. Glaubst du jetzt wirklich, ich komme zu dir? Bist du irgendwie doof? Oh, das war natürlich, äh, von Vorteil für mich, dass du da jetzt gerade runtergegangen bist. Aber ich bin nicht so doof, dass ich dir da hinterher springe. So, das kann ich mal eben weg tun. Das kann ich mal rüberholen. Das kann weg und das kann weg. Warum habe ich jetzt auf einmal so viel Müll im Inventar? Wieso habe ich das eigentlich noch? Ah ja, okay, du bist unter mir. I see that. Jetzt geht er dahin. Wir sollten vielleicht mal unser Freund das TNT dazu holen. Gucken, was unser Freund dazu sagt. Na? Alles klar bei dir? Jetzt geht er wieder rüber. Zack. Fuck, das wollte ich gar nicht. Alter, warum? Wieso? Was ist da los? Oh, fuck. Nein! Oh Mann, das war richtig dumm gerade. Okay, nächste Runde. So. Nächste Runde. Wo hat er seine Enderpelle hingeworfen? Hat er sie überhaupt geworfen? Äh, da, 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 da. Die gehen alle in die Mitte. Habe ich jetzt hier außenrum freie Bahn oder was? Hätte natürlich was. Ja, ich habe keinen Brustpanzel. Das ist auch geil. Gehen einfach jetzt zum Nachbarn direkt rüber. Oh, wir schleichen uns an. Ach so, ja klar, der baut sich ein. Ich hasse diese Druckplatte, die verrät mich jedes Mal. Wir haben aber nichts, was wir da reintun können, ne? Ich könnte mal einen Helm anziehen, wäre vielleicht eine gute Idee. Ich weiß nicht, was der an Rüstung hat, das ist ein bisschen kacke. Ah, Mann, oh. Stirb, stirb. Huh, ha, hi, wir haben kein Wasser. Ja, ne, ne, ist klar, ist klar. Ja, okay. Warum? Wo kam der jetzt her? Ist der mir über meinen Weg gefolgt? Oder hat er sich mit einer Enderpelle rübergeworfen? Ich glaube, der hat sich mit einer Enderpelle rübergeworfen. Was für ein Dreck. Okay, eine Runde noch. So. Äh, hallo. Wenn schon bitte das Richtige anwählen. Danke. Zack. So, ziehen wir das schon mal an. Dann sind wir nicht ganz so nackig. Da ist die Kiste. Diesmal, meint das Schicksal, ist vielleicht doch etwas gut mit uns. Etwas. Aber nur vielleicht. Dann nehmen wir das noch mit. Und das noch mit. So. Wie viel haben wir jetzt? Das ist Assi. Geh weg. Geh weg, kleiner Pyro. Ich weiß, dass du da bist. Ich weiß, dass du da bist. Hallo, was wird das? So. Den haben wir uns gegönnt. Wo ist der andere? Ich glaube, der ist auch gestorben. Ähm. Ja, du hast uns ja gerade ein bisschen was mit erspart, junger Mann. Ziehen wir den schon mal an. Machen uns dann eine Hose. So. Ich würde mal sagen, so ist gut. Dann werfen wir den Driss hier mal weg. Die haben wir. Oh, Schutz war das. Okay. Dann werfen wir das weg. Und das weg. Und das weg. Ambers behalte ich nochmal. Man weiß ja nie. Behalte das mal hier. Und wir haben eine Enderpeiler gekriegt. Ja gut. Schenkt mir doch alles. Ich glaube, wir gehen jetzt in die Mitte. Weil in der Mitte ist ein Versauberungstisch. Da kann ich ja mal eine Rüstung verzaubern. This is nice. Wir hätten vielleicht das andere Dias Schwert mal behalten sollen. Denn mit etwas Glück hätten wir dann, ähm. Rückstoß draufgekriegt. Das wäre geil gewesen. Boah. Ey. Es hat mal geklappt. Ich bin richtig stolz auf mich. Boop. Erstmal gucken, was haben wir denn hier so. Das nehmen wir mal mit. Einfach nur, weil wir können. Genau so wie das hier. Und das hier. Weil wir haben ja noch nicht genug Level. Also wenn sich eine versucht zu uns zu bauen, können wir den einfach runterkicken. runterkicken. So. Dann haben wir das hier. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ja. Muss ich schon zugeben. Wir brauchen noch ein paar mehr Level. Das wäre geil. Oh. Ja gut. Das erleichtert uns natürlich das Leben um einiges. Zack. Noch eine Enderperle. Was ist denn heute los? Hier haben wir noch ein paar Schuhe und so. Ist geil. Ist geil. Muss ich sagen. Ja. Noch eine Enderperle. Hallo. Jetzt ist aber langsam. Bitte gut. Ich fühle mich, äh. Ich, äh. Wow. Wow. So. Baut sich mehr zu uns. Nö. Gut. Dann stellen wir uns jetzt mal einen Amboss hier hin. Zack. Wir zaubern das mal auf Schutz. Und dann müsste ich das hier nochmal ausziehen. Schutz zwei. Zack. Und Schutz zwei. So. Jetzt fehlen nur noch die Schuhe. Pass auf. Jetzt gehen uns die Level aus. Ja. Das wäre klar. Wir brauchen mehr Level. Wir brauchen noch mehr Level. Wo kriegen wir noch mehr Level her? So. Die brauchen wir jetzt gerade mal nicht hier. Das brauchen wir auch nicht. Das könnten wir eventuell brauchen. Ich würde sagen, wir nehmen einfach den Verzauberungstisch mal mit. So. Und dann ziehen wir das hier runter. Ja. Ausrüstungstechnisch ist jetzt nicht so schlecht, ne? Aber wir werden trotzdem verlieren. Ich kenne mich. Wir bräuchten eventuell ein paar Blöcke. Aber nur so ein paar. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 So Wo sagen wir denn hier mal Eis? Das ist Eis So, jetzt wäre es schön, wenn das auch da lang runterfließen würde Irgendwo, dass es mir einen Schutz bietet Oder auch nicht, das war vielleicht etwas doof So Das war echt etwas doof Ähm So Nein, er rindert da nicht immer wieder rein Ah, fuck Meine Güte So, zack Und zack Jetzt sortieren wir mal eben aus Jetzt sortieren wir mal aus Und jetzt sortieren wir mal aus fuck nein ah nein fuck was soll das nein ich sag doch wir verlieren noch naja bis zum nächsten mal meine wolfies und vergesst nicht auf der gamescom und so ihr könnt mich auch gerne ansprechen ihr wisst ja haarfarbe ist etwas kunfus blau lila eventuell wenn ich es nicht schaffe nachzufärben dann auch nicht das ist die frage okay bis zum nächsten mal